Nö, mein, nimm bitte. Hä? Wo ist deine Rüstung? Ich hab keine andere. Warum hast du keine Brustplatte, Alter? Weil ich meinen Rucksack auf hab. Warum hast du denn Rucksack auf? Keine Ahnung. Ach so. Okay. Platziert. Torches. Was? Das repariert Goldteile mit Glowstone und das. Mhm. Oh, da wo ist denn jetzt? Die kann ich nicht angehen. Das letzte ist ja, ich weiß nicht wo, ach so. Okay, einen Waypoint hab ich noch. Um Waypoint. Was? Alter, ich bin so weit weg, ne? So weit Trie, ich bin so weit. Aber man gönnt sich ja, ne? Wo wirst du jetzt? Was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab hier so'n Brunnen gefunden. Eigentlich sollte... Hier ist schon wieder so'n scheiß Brunnen, wo nix runterfällt, Jan. Was hast du denn erzählt? Normalerweise muss das gehen. Haben wir noch einen Eisenbogen? Ach ne, wir haben keinen Natterrack. Wenn nix, was du überräumen könntest. Ach ja, wir müssen ja Kühe schlachten. Warum? Was ist der denn hier? Kühe, vielleicht ist kein Problem. Wir sind einige. Warum? Uch, so. Das Spiel kommt einfach und sucht Pfeile bei uns. Warum nicht? Das suchst du, danke. Ich find' die Dinger so geil. So, das kommt mit. Das kommt weg. Das kommt weg. Schokoprofiedern. Ich hab grad in komplett anderem Weltenbereich. Was ist das? Keine Ahnung. Sieht cool aus, da geh' ich hin. Er war auch wie so'n witzloser Brunnen. Was soll'n' dieser Scheiße? Die verarschen mich, diese Brunnen. Bisschen. Ja. Ich würd' sagen, ich drehe um. Oder? So'n Tempel ist ja noch, wo dann geh' ich rein. Ha, egal. Müsste unten noch was mal sehen. Kann man hier noch irgendwas craften oder was cooles? Ähm. Ähm. Ah, ja. Jetzt müssen wir zum Waypoint. Goldfeller. Ähm. Entdecken. Land. Landschaft. So. Jetzt will ich nach Hause. Wie komm' ich jetzt nach Hause? Boah, scheiße. Ich brauch' voll viel Goldmann bei den Sachen. Nein. Man kann nur einen Waypoint leicht sagen. Nö, ich kann mir aber. Ja, ich aber nicht. Egal. Nach Hause. So. Na gehen wir mal noch. Leute, das kann ich auf einmal doch mehr setzen. Ich hab' keine Ahnung. Warte ich mal was Neues so. Den entfernen wir. End. Ich hau' jetzt norm. Und dann heilig'n. Ach so, man kann nur eine Gruppe. Aha. Okay, ich hab' nichts gesagt. Das geht also doch. Ich find' ja geil, wie man unser pinkes Haus einfach mal von oben sieht. Okay, da muss ich lang. Das ist okay. Wann kann ich den in den Ständer stellen? Was? Nichts. Ah, Jan, ich hab' so'n Turm gefunden. So'n Cobblestone-Turm. Was ist das? Das klingt profitabel. Wenn du kommen willst. Tiny Cactus. Ich mach' mich dann eben leer und dann komm' ich. Bringst du mir mein Schwert mit? Ja. Das nimm' ich mit. Das nimm' ich. Ne, das nimm' ich mit. Das ist aber nicht sehr hoch, der Turm. Dann ist er sehr tief. Hm, okay. Der hat nur eins, zwei, drei, vier, fünf Stockwerke nach oben. Geht ja. Du halt' die Rechnungsteine. So, Schwert. Den. Einen lass' ich hier. Seh' ich mit. Ich brauche noch meine Gleeve. Gleeve hab' ich unten. So, warte. Geh' man denn noch mitnehmen? So. Es wird noch mitnehmen. Dein Schmerz hab' ich. Dein Schmerz hab' ich. Dein Schmerz hab' ich. Ruchsal hab' ich. Okay. Axt kann nicht gelassen. So. So, warte. So. So, Leute. Dann geh' ich jetzt nach Luca. Wie weis du? — acumulbeiten! Dat man hat 228. Hundert ... ne ... Eh, 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 eh ... Dude finalement ist sehr egal, ne? Mhm. Minus 300 23 Okay Okay Irgendwas in der Nähe? Wie? Was auffällig ist? Ja, dieser Turm Minus bei dem Brunnen Na, rennen, weiter Weiter Das ist durch diesen Wald Mit den hohen Bäumen Hinter dieser festen Wo wir da zum Beispiel rum waren Und da oben bei meiner Minimap Könnt ihr übrigens sehen Wie hier schon andere Welten ausgesehen haben Auf diesem Server Bei mir auch Der landet genau bei mir Der Stern Hast du ihn gehört? Ich hab ihn gehört, ja Ist genau bei mir gelandet Hier sind diese pinken Bäume Mh, beide Hat nur ein paar fucken dabei, ja Musst du ja einfach mit mir So Kann man nämlich auch anpflanzen Die pflanzten wir dann vor unserem Haus Ich finde die immer so geil Die hier sind einfach mal materien Aber der Lust Ja genau Tun die was, nee, ne? Wenn du sie haust, ja Was denn? Noch gut schaden Was so Ansonsten nicht Wo wir jetzt sind? Minus 300 Null Ja? Minus 300 Minus 300 Minus 300 Minus 300 Null Null? Ja Also bei Z 350 Blöcke in die Richtung Ja, aber nun viel Spaß Da ist ne Hexerblume Da sind zwei Hexerblumen Ich brauche Roddel Ich habe jetzt 14 Leder Wenn du was brauchst Hose Angriff der Killerzombies Ich wollte doch nur Gemüle Steht trinken Ich habe da noch 250 Blöcke Ist das in Redwoods vorbei? Äh, meinst du, was ist, was man so So Roten Berge Da bin ich mittendrin Oh Ah Ich seh's Minimap Beziehungsweise an einem Randgebiet Steine können wir auch mitnehmen, ne? Das ist ein Reds Cobblestone Ja, für den Boden Pink-Rot machen wir uns Porno-Keller Oh Gott Mal rote Lampen vielleicht noch machen Ich seh den Ton Wofür hast du jetzt eigentlich das Gold gebraucht? Für die Lampe Geht denn die? Da habe ich nachgeguckt Mit diesem komischen Russell-Vie-Dings Wo, wissen du? Oben auf Weil ich komme runter Wo bist du? Auf dem Turm Wo bist du? Neben Turm So, warte, ich komme Bisschen versuche ich Was? Bummerang, der kommt immer zurück Hä, wo bist du? Von der Seite Wo der Eingang ist Ich seh dich nicht Welche Koordinaten hast du? Minus 230 Und bist du beim anderen Turm? Den muss ich mir jetzt aber krallen, Norm kommt Sag mal den Koordinaten Äh, minus 295 Und ich hätte fast Norm gekillt 295 und? 129 Ja lol, dann bist du komplett falsch Obwohl, 192 stimmt Äh, 22 Till und Norm sind jetzt hier Ich komme Töte sie Töte sie Ne, absichtlich töten ist verboten Dann sag ich, sie soll weggehen Meine Maus leckt Ansonsten hol den anderen Turm Das ist... Oh oh Was? Was? War böse? Was? Kommt wieder bei mir runter Geil Hol ich mir jetzt Dann komm doch zu dem Turm hier Hier sind sie nicht Ja Ich war insofern böse, dass ich den Turm beschwört hab Wie? Ich bin direkt nach oben gegangen Und hab mich geile Kiste geknallt Hä, die haben den... Die haben den Wichser jetzt schon gekillt Ja, vielleicht haben sie geile Ausrüstung Oh 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 Was ist los? Das sind sie selbst Oh 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 Jan Komm Wie waren die Korpsen? 300 Da, ich seh'n Ja? Ja Jobs Zumindest Was der jetzt ist Was ist denn noch in der Nähe? Berge Ja Ja, kommt hin Was fräsen, Alter Kannst du Till eben zu Norm tp'n? Der Norm hat selber OP Ich glaube er hat's auch gerade gemerkt Ja Also ich steh' jetzt unten beim Touren Warte, ich komm da eben hin Ich hab'n Rift Blade Junge, warte Oh, es laggt Ich komm zu dir Entschuldigung Ja, ja Ich hör'n Bumerang Ja, ich hör'n Bumerang Hinter dir Hinter dir Hinter dir Wo ist denn Rüstung? Äh Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Keine Ahnung In deinem Rucksack? Nö, mein, nimm den Tag Hä? Wo ist deine Rüstung? Ich hab' Keine Ahnung Warum hast du keine Brustplatte, Alter? Weil ich meinen Rucksack aufhabe Warum hast du denn Rucksack aufhabe? Keine Ahnung Hier, nimm den Oh, geil Oh, nee Papaspinne Ninja, Ninja Jan, hilf mir doch mal Reicht das? Was? Oh, Mann Ja, dir ist jetzt bei denen ab Ja, Hilfe Kann dir gerade ganz schlecht helfen Oh, lol Was soll ich anziehen? Ne, du solltest gar nichts anziehen Die Glaive Macht die mehr Schaden? Äh, ja Mit Rechtsklick mach's so bluten Also nicht bei Skeletten Achso Die macht so um die 10 Schaden Nix Wichtiges Ich nehm mal eben den Panzer hier mit Nimm alles mit Weil ich hab keinen Platz mehr Ist das ein Rucksack? Stimmt Ist aber voll Ja Mein Rucksack ist voll Also bin ich jetzt hier um alles mitzunehmen? Ne, ich hab ein bisschen Platz Hier sind zwei Spiele Special Eh, Special Weg hier, weg hier, weg Hier, weg, weg Hier, weg, weg Hier, weg Luka, wieder weg Oder so Ich kann nicht hochrollen Oh Gott Ich kann nicht hochrollen Ich hab irgendwas bekommen von dem Schirm. Kann nichts passieren, Luca. Mach mal Rechtsklick. Rechtsklick gedrückt, Leute. Jibal, grüne, Flecken. Ja man, Schmitzsacke, ja geil. Komm rein. Jibal. 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 Ja man! Jibal Ezgi.